Samira Zielinger hat endlich wieder gute Neuigkeiten. Vor einigen Wochen machte sich die Love Island Bekanntheit große Sorgen um ihr Baby, das sie derzeit mit ihrem Mann Yassin Zielinger, 31, erwartet. Aufgrund eines Hämatoms an der Plazenta drohte ihr kurzzeitig eine Fehlgeburt. Doch nun scheint es wieder bergauf zu gehen. Samira meldete sich mit einem positiven Update zu ihrem Baby bei ihren Fans. Ist alles super, dem Baby geht es super, erklärte Samira in ihrer Instagram-Story erleichtert, nachdem sie beim Frauenarzt gewesen war. Es wachse weiterhin und sei mittlerweile 20 Zentimeter groß. Auch das Hämatom habe sich zurückgebildet. Und sie sagt, es sieht auf jeden Fall richtig gut aus, da es immer wieder kleiner wird und das Risiko ist jetzt nicht mehr so da. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als sie das gesagt hat, gab die Sommerhaus-Kandidatin zu. Mittlerweile ist Samira schon im fünften Monat. Vor wenigen Tagen teilte sie aus diesem Anlass ein stolzes Baby-Bauch-Bild. In einem hauthängen-schwarzen Outfit brachte sie ihre kleine Kugel perfekt zur Geltung und betonte durch die Hashtags, dass sie sehr glücklich sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017